Servus, wir sind auf dem Testserver und die Patch Notes sind vor 50 Minuten eingetrudelt. Patch 1.69. Ja, ich hatte euch ja schon den neuen Helden-G gezeigt, bzw. die schwarze Umrandung, das ausgeblendete Hot-Gin, oder Hot-G-Gin heißt er, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein Grabesprosser-Held. Und ja, eine Art Captain, wie so ein Pirat. Kommen wir uns morgen nochmal ganz genau anschauen, wenn der Patch dann durch ist. Wie immer gibt es dazu eine Testversion, die wir uns ausleihen können. Dazu empfehle ich aber, da das Nebeltal noch mit startet, euch die Testversion von dem erstmal noch nicht zu holen und erstmal abzuwarten, was denn das Nebeltal sagt. Denn ihr werdet den sicherlich im Nebeltal einmal gebrauchen können. Somit könnt ihr euch dann gleich die Testversion sichern. Nur mal so als kleiner Tipp nebenbei. Dann gibt es für den wieder eine Prüfung. Das ist ja klar, das ist ja bei jedem Helden so, wenn er neu kommt. Wir bekommen endlich dieses Insel-Event. Ich dachte eigentlich, das wäre dann für immer. Nein, es ist leider nur ein Event. Hatte ich ja schon in einem anderen Video, was AFK Arena in der nächsten Zeit so plant, vorgestellt. Und zwar wird das so sein, wir werden da Inseln haben, können uns da ein bisschen wie so eine Art Goldmine oder eine EP-Mine oder für Staub eine Mine da hinsetzen und das Zeug produzieren lassen. Und wir können natürlich auch zu anderen Spielern auf die Insel gehen und diese dann dort leerräumen. Wenn wir da Bock drauf haben, wie das Ganze dann genau aussieht, müssen wir abwarten. Das startet dann auf den Testsüber am 30.07. Und die Eyes of God, da wo wir andere Spieler sozusagen leerräumen können, in Anführungszeichen, startet dann am 6.08. also circa eine Woche später. Das schauen wir uns dann nochmal ganz genau an. Da bin ich nämlich schon gespannt wie so ein Flitzebogen, wie das dann genau aussieht. Da machen wir dann nochmal extra was dazu. So, dann das Engrave-System, das Klöfner-System. Haben sie ein, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen überarbeitet. Wird allerdings erstmal noch nicht billiger. Und zwar kriegen wir das jetzt für die Dimensionalhelden. Gehe ich mal ganz stark davon aus, da werden viele direkt auf Ains gehen. Ich natürlich auch, ganz klar. Und wir haben neue Attribute bei dem Major-Glyphen bei 15, 15 und 20. Wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, beziehungsweise bekommen wir da Attribute mit dazu. Wir bekommen eine Zoom-Funktion, dass man das ein kleines bisschen ranzoomen kann, ein bisschen besser lesen kann. Aber so wirklich günstiger gemacht haben sie bis jetzt noch nicht. Zumindest kann ich das jetzt so noch nicht entdecken. Schade, kommt bestimmt mit dem nächsten Patch. Dann kriegen wir für Mihira ein Skin. Den habe ich auch schon gesehen. Der sieht wirklich lecker aus. Ich werde mit dem definitiv holen. Dann bekommen wir eine neue Reise der Wunder. Diese startet am 30.07. hier, The Final Night. Wir bekommen einen Wandernden Ballon. Den können wir erst spielen, wenn wir Kapitel 2750 abgeschlossen haben. Und von Blackwoods, also dem letzten Wandernden Ballon, mindestens 60 Prozent abgeschlossen haben. Wir bekommen ein neues Kapitel, Kapitel 44 und alles was darunter wird, also unter Kapitel 44 wird ja etwas erleichtert, würde ich mal sagen. Ist ja fast immer so. Wir bekommen eine neue, ein neues Dingboom. Moment. Ah, wir bekommen eine neue Tafel. Da können wir uns so beliebte Formationen anschauen und direkt das Signature-Item und das Hotel dazu. Beziehungsweise wie die Helden so ausgestattet sind, wird wahrscheinlich wie so eine Art kleines Ranking sein. Meinetwegen wird da wahrscheinlich eins drin stehen mit 30 9 von 9. Darunter vielleicht noch ein Iron mit 30 9 von 9. So die Helden, was die Leute so am liebsten hochziehen und leveln, wird da wahrscheinlich nicht drin stehen. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Hier in Punkt 9 haben wir natürlich das Nebeltal. Das startet hier auf dem Test sogar am 3.8. und wird bei uns dann wahrscheinlich wiederum circa eine Woche später starten. Wir bekommen aber beim Nebeltal nochmal fünf Extrakisten und zwar bekommen wir die erste Kiste bei Chapter 32, dann 33, 34, 35, 36 abgeschlossen. Ja, das freut mich natürlich, da ich mit Chapter 36 fertig bin. Das heißt nochmal fünf extra Belohnung fürs Nebeltal. Das sieht auf jeden Fall lecker aus, hört sich gut an. Schauen wir uns dann noch nochmal genau an, wenn es auf dem Live-Server ist, wenn ihr da Bock drauf habt, was wir uns aus den fünf Extrakisten noch ziehen können. Lohnt sich, denke ich, da jetzt noch ein bisschen in Kapitel 36 zu ziehen. Hier mal so als kleine Andacht, ich werde jetzt jeden Sonntag einen Livestream starten, wo wir bei euch auf dem Account den Feldzug ein bisschen pushen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch gerne melden. Irgendwo in die Kommentare mit rein, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Dann habe ich noch einen separaten Discord-Server für euch, wo ihr Tipps, Tricks und alles posten könnt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich werde euch das dann unten in die Kommentare und in die Infobox mit rein verlinken. Soviel nochmal dazu. Dann endlich ist auch wirklich eine sehr gute Erneuerung, finde ich. Mich kotzt das nämlich gerne mal an, wenn ich im Feldzug pushe und ich muss ja mittlerweile fünf Teams machen, habe einen Helden wahrscheinlich gerade vergessen, das kein Equip zu geben. Dann kann ich dem auch im Kampf noch das Equip wechseln. Ging bis jetzt lang nicht. Das Artefakt kann ich auch noch ändern. Ging bis jetzt auch nicht. Ich finde es mega gut. Das ist eine geile, ja, wie soll ich sagen, eine geile Erneuerung. Habe ich lange darauf gewartet, dass das sowas kommt. Und ja, also ich finde das geil. Wenn man, hast du Kampf 1 abgeschlossen und dann kannst du immer noch das Equip wechseln. Mega geil. Finde ich sehr, sehr gut. Endlich mal was wirklich Gutes mit. Also auch nach mehrmaligem Lesen mit Punkt 11 kann ich leider wirklich nicht viel anfangen. Dafür ist mein Englisch ein bisschen zu schlecht. Ich glaube, aber das wird jetzt keine bahnbrechende Erneuerung sein. Wenn da jemand die Muse zu hat, kann er das gerne in die Kommentare schmeißen, die Übersetzung dazu. Wäre mega lieb. Vielen lieben Dank dafür, falls das so kommen sollte. Dann haben wir hier noch ein paar Anpassungen mit Merlin, der momentan mit seinem 30er und 9 von 9 extrem heftig ist. Gerade im PvP. Ja, Tali wird nochmal gefixt. Damien wird gefixt. Govo. Und das war es dann eigentlich schon. Ich lasse das jetzt nochmal ein kleines bisschen hier drin. Dann könnt ihr das euch nochmal in Ruhe durchlesen. Ich glaube, ich habe das jetzt so ein bisschen überflogen. Da kommt nicht bahnbrechend irgendwas dazu. Also nichts, was jetzt irgendwie den Held wahrscheinlich schlechter machen würde. Außer bei Merlin könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil das schon ziemlich OP ist, was ja gerade da abzieht. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag Abend. Wir sehen uns zunächst bzw. spätestens morgen dann zum Release von dem neuen Held. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.